Gut, ich habe jetzt mittlerweile keinen Block gefunden, aber ich schreibe einmal auf. Ich brauche einen roten Wasserschlauch. So, passt nicht, dann gehen wir mal weiter hier. Bin mir sicher, dass wir noch mehr brauchen werden. Ja, beim letzten Mal haben wir hier schon die erste Strom, aber das ist doof. Das passt nicht wirklich gut. Ich überlege folgendes gerade. Mit den Stromdingern, das ist mir zu blöd, ehrlich gesagt. Ich glaube, dass ich da ein stark Strom opfere und mit stark Strom bis zur Anlage gehe. Boah, ist das schwierig. Und das brauchen wir hier. So, ich brauche das Fadenkreuz, das ist ganz, ganz wichtig. So, das normale Strömkebel-Schirn. Das ist auch, beziehungsweise, na, 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 na. Das machen wir so, weil wir brauchen nicht unbedingt alles vom Container aus zu steuern. Das finde ich gar nicht, aber wir kriegen wir da, da müssen wir aufpassen. Wir kriegen wir Rauchvergiftung wahrscheinlich, wenn wir das im Zelt betreiben. Das müssen wir außerhalb machen. Ich brauche, na, ich habe hier so, Wahnsinn, wie ich ausgerüstet bin. Okay, das ist nur ein Generator. Wir brauchen nur eine Wasserpumpe. Ich brauche nämlich nur eine Wasserpumpe für... Nein, Wasserpumpe machen wir nicht, das passt. Ja, ein bisschen müssen wir improvisieren, es geht nicht anders. Es geht nicht anders, das können wir aber da hinten verstecken. Jetzt können wir da hinten, wenn es wahr ist, hier vorbeiführen. Hier, 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 hier. Ja, ist wurscht. Hier, hier, hier. 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 Okay, was? Oh, das ist hässlich. Eieieiei. Okay. Hier, hier. Nein, ich wüsste hier nicht. Hier. Hier und hier. Und hier vorbei. Und hier durch. So, perfekt. Da können wir ja fast schon... Geht sich das aus bis drinnen? Nein, das geht sich nicht aus, oder? Nein, jetzt ist es gleich vorbei. Nein! Warte mal. Nein, dann kommst du da rüber. Einschalten müssen wir ihn eh da. Ach, stell dich doch so her, bitte. Ja, 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 ja. Ha! Das ist... Das ist... Das ist... Juck die Nase, was auch für Blödsinn. Aber es funktioniert. Also, ich hätte nicht gedacht. Puh, das ist wie so ein Aufbau. Wahnsinn. Vielleicht optisch nicht der schönste, aber... Funktionieren tut er. Das ist... Mehr, als ich mal warten darf. So. Nix hier rein. Ähm, hier der Schalter haben wir gelernt, ist kaputt. Ja. Also, wie da ist er mit dem Auto dagegen gefahren. Okay, wenn wir dann Strom haben, sollte das auch funktionieren. Passt so. Das passt so. Passt das ganz gut. Wir stellen das dann noch auf, damit das alles in Ordnung hat. Ja. Passt, glaube ich, so. So lassen wir das einmal. Ähm. Jetzt gilt es dann eigentlich nur mehr, einmal den großen Container zu bedanken. Also den Generator beim Container. Und Lichter aufzustellen. Und Lichter aufzustellen. Das ist einmal das Allerwichtigste aktuell eigentlich. Das heißt, ich habe so viel noch frei. Ähm, 8 Lichter, 10 Lichter, 12, 13 Lichter, 4, 8. Ja. Wenn ich mich jetzt nicht geguckt habe, dann passt das so. Mir gefällt das ganz gut, dass das da angeschrieben ist. Boom. Trommel. Boom. Ähm. Container, Schaufelgürtel, Schaufelding. Okay. Was wollt ihr jetzt machen? Und da oben verbinden? Das ist schwierig. Ich weiß nämlich, ans, nicht sicher. Wie wir hier, ich stelle das da mal alles her. Haben wir so viele Kabel noch? Wahnsinn. Ob wir das jetzt so machen sollen? Hey. Was ist? Ich habe dich da gerade angesteckt gehabt. Einmal. Ja, Leiter kraxeln mit Kabel in der Hand ist jetzt vielleicht nicht sehr intelligent. Aber ja. Hört auch zu. Was ist dein Problem? Nein, egal. Ich muss gar nicht wissen. Licht, Licht, Licht. Das schaut ein bisschen komisch aus. Ich weiß auch nicht, ob das schöner geht oder so. Es ist mir aber eigentlich, ist sie egal. Aktuell zumindest. Die Frage ist nur, kann ich die nächsten drei auch noch für Licht verbrauchen? Dann würde ich nämlich darüber noch ein stellen. Damit das da auch so ein bisschen beleuchtet ist. Werf halt nirgends wo im Weg stehen. Das ist das oberste Gebot. Es darf nirgends wo im Weg stehen. Möchte auf keinen Fall haben, dass mir irgendwo ein Licht im Weg ist. Aber das als einzeln zu aktivieren ist halt auch sau doof. Naja, so, ein Licht haben wir jetzt noch. Es würde fast darüber stehen, aber es wird sich nicht ausgehen mit Kabel. Dann hätten wir mal den Bereich mega gut ausgeleuchtet. Der steht mir fast. Nein, schauen wir mal, ob der im Weg steht. Da bräuchte man jetzt... Nein, ich glaube, das brauchen wir gar nicht. Lassen wir den einmal. Lassen wir den einmal. Dann mal nicht gleich wieder nachsagen. Schauen wir sich das einmal in der Nacht an. Das kannst du vorher sowieso nicht wirklich gut bestimmen, wo das wirklich richtig ist, glaube ich. Glaube. Ich glaube, möglicherweise vielleicht doch, ich weiß es jetzt ehrlich gesagt, gar nicht. Aufpassen. Jetzt, 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 jetzt fährst du um. Mensch, das Kinder, was? Die ganze Zeit fährst du nix? Jetzt am Schluss, weil ich dagegen renne, fährst du um. Ich lasse das mal so. Die Seite ist gut beleuchtet. Für die andere Seite brauchen wir sowieso die stark Strom- und Verteiler-Geschichte. Obwohl, eins kämpft man da noch auf. Anstehen wir da noch auf. Ich habe kein Licht mehr. Ach, Lassen. Ein Licht hätte ich noch gebraucht. Ich habe wirklich kein einziges Licht mehr. Das heißt, wir müssen noch mal shoppen. So, die Kübeln trage ich gleich noch mal ins Zelt. Das ist wichtig. Ist noch immer Wasser drin. Okay. Achso, zum Matten auswaschen, ne? Ja, okay. Jetzt lasse ich mir sogar einen reden. Brauchst du jetzt zwar aktuell so nicht wirklich, aber ja, ist okay. Ist empty. Irgendwie hat mir der Pickup mit Holzlatten besser gefallen, muss ich ehrlich sagen. Aber, jetzt heißt es jetzt nicht, dass der für schierer ist, aber gut. So, Licht. Wir kaufen eins für da heroben. Würde ich ziemlich genau da herstellen wollen. Eigentlich, aber die Frage ist, ist das da her? Ist wurscht, wo es da runter leuchtet oder darüber eigentlich, zur Straße. Das heißt, ich brauche mal mindestens eins und drei nur die Straße entlang. Das heißt, ich brauche vier Lichter. Und ich brauche mindestens, ich gehe mal davor aus, dass ich für jedes Licht zwei brauche. Ich nehme mal acht normale Stromkabeln. Was brauche ich noch? Ich habe eine Verlängerung. Ich habe eine zweite. Ich kaufe nur zwei Verlängerungen. Zwar eher eng. Normal Strom. M-hmm. Kübeln habe ich genug. Einen roten Schlag habe ich aufgeschrieben. Oh. Ich brauche da hinten noch. Ich habe... Ich brauche... Warte einmal. Ich brauche... Ich brauche 10 normale Stromkabeln und ich brauche 3 Verlängerungen, ich hoffe das geht so aus. Ich habe nämlich den Jig noch nicht angeschlossen, fällt mir gerade auf. So, dann nehme ich aber jetzt auch trotzdem nochmal 4, einen normalen Stromverteiler. Der Kugelschreiber schreibt nicht. Und ist ihm wieder eine Wahl, damit man wieder einen Kugelschreiber kriegt. Kann man noch einen Stromverteiler wissen aber sonst nicht, was ich noch brauche. Ich kann ihn jetzt schwer fragen, weil Livestream ist. Siehst du, das ist wieder eine Nacht davon, wenn man Parts macht, die nicht live ist. Schwierig. Naja, egal. Ich überlege nur der ganzen Zeit, was ich brauche. Pumpe brauchen wir jetzt nicht wirklich. Magnetitabscheider würde ich jetzt auch nicht unbedingt kaufen. Schade, dass ich keine Mitarbeiter kriege, muss ich ehrlicherweise gestehen. Früher hat man da mehr gekriegt. Da hat doch kein Mensch da für mich arbeiten. Finde ich extrem schade. Wir betanken mal eben fix. Na? Ist der Controller ausgegangen? Ist okay, ja. Ganz egal. Ganz komisch. Na ja, schade. Ist aber wurscht. So, aufpassen. Muss ich mit der Statur fahren. Fährt sie ein bisschen schlechter, aber es geht trotzdem. Also beim Bugern wäre es schlimmer. Mit dem normalen Fahren vom Pickup geht es trotzdem nur ganz gut. Dann wollen wir mal hier bedanken. Und lassen wir den mobilen Tankanhänger noch hier irgendwo in der Nähe stehen, damit wir den finden. Beim nächsten Mal. Bin ich gespannt, wie viel, als der jetzt frisst. Oha. Ordentlich. Äh, der frisst auch die komplette Ladung von dem. Okay. Oha. 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 Schauen wir jetzt lieber nicht zu. Schauen wir jetzt lieber nicht zu. Auf den Verbrauch bin ich dann schon gespannt. muss ich ehrlicherweise gestehen. Uah! Hoppala. Hoppala, 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 hoppala. Fahren wir rüber in die Stadt? Da kann nichts schief gehen, oder? Fahren wir rüber in die Stadt. Ich hoffe, dass ich nichts vergessen habe. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin skeptisch, muss ich ehrlicherweise gestehen. Könnte ja sein, dass ich irgendwas Wichtiges vergessen habe. Irgendwas, was ich noch gebraucht hätte. Und mir gerade nicht einfällt. Und ich nachher aus Versehen das nicht kaufe, oder ja, absichtlich, weil ich es nicht bedenke, und dann am Leben wieder draufkomme. Oh, shit! Wir waren gerade in der Stadt. Und ich habe das und das vergessen. Wäre jetzt nicht so geil, muss ich sagen. Was ich mittlerweile wieder recht gern machen wollen würde, wer mit der T2-Mobilen Waschanlage arbeiten. Ich würde mich überhaupt freuen, wenn es verschiedene Waschanlagen gibt. Bei Goldraschina Last gibt es ja viele verschiedene Modelle. Das fährt man uns ein bisschen. Na gut, okay. Game is crashed. Schlecht. Hoffentlich hat Autospeichern funktioniert. Lol. Oder auch nicht. Ich bin jetzt gerade am Tesla rausgekaut. Vielleicht bin ich gleich weg. Ich speichere noch schnell. Autospeichern hat funktioniert. Speichern hat auch funktioniert. Ja, gut. Perfektes Timing-Pal ist nämlich zu Ende. Ich bin gespannt, ob das alles jetzt wieder dann da ist oder nicht. Ja, sehen wir beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss!